Was mich ja neidisch gemacht hat, die Fähigkeit, sich so zu erinnern, wie Sie das tun. Ja, an eine Phase, die ja doch sehr weit zurückliegt. Haben Sie bestimmte Techniken angewandt, um das zu realisieren? Oder haben Sie mit Ihren Geschwistern darüber reden können oder mit Freunden? Wie war das damals, als ich mit diesen Tonkügelchen geklickert habe beispielsweise? Oder Muskelreiten oder ähnliches? Ja, das ist gesprächsweise entstanden, aber längst nicht alles gesprächsweise. Also ist es so, wenn man in einem Schreibvorgang drin ist, dann taucht man ab in eine ganz andere Welt. Und in dieser ganz anderen Welt, wenn man konzentriert bleibt, das ist eigenartig. Ich vermute, es wird jedem so gehen, dann tauchen Szenen auf. Also es tauchen Szenen auf. Es taucht nicht sofort die Sprache aus, wie man das formuliert, aber es tauchen Szenen auf. Und dann kommt es nur darauf an, dass man diesen Szenen eine Sprache gibt. Und dann kommt es weiter.